Lieber Wilhelm, lieber Herr Beidler, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein kann. Der letzte Referent einer Veranstaltung hat es ja immer nicht so ganz leicht. Da gibt es schon Auflösungstendenzen, aber ich denke und bitte auch, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit doch noch schenken. Ich darf in der Tat, lieber Wilhelm, vorweg zu meiner Person etwas sagen. Ich bin Jahrgang 1967 in Braunschweig geboren. Mein verstorbener Vater war Sudetendeutscher, meine Mutter Hannoveranerin, also eine ganz interessante Mischung, in die ich da reingeraten bin. Ich habe sehr früh den Kontakt zu den vertriebenen Verbänden gesucht. Das war so in der Mitte der 80er Jahre, da können sich viele von Ihnen vielleicht noch daran erinnern. Und die, die es nicht wissen, können das ja nochmal nachvollziehen. Gab es eine sehr starke Zuwanderung von Aussiedlern, insbesondere aus Oberschlesien, aber auch aus der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Das war anzahlmäßig in etwa vergleichbar mit dem, was heute hier in die Bundesrepublik kommt. Und ich habe im Programm gelesen, dass du, lieber Wilhelm, gestern ja schon einen Vortrag gehalten hast, wie sich die Situation der Flüchtlinge darstellt. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ja, ich bin dann in den vertriebenen Verbänden sozusagen hängen geblieben, bin entdeckt worden vom damaligen Präsidenten Dr. Herbert Schaier. Ich bin 1994 ins BDV-Präsidium gekommen, dem ich ja heute immer noch angehöre als Vizepräsident und war fünf Jahre niedersächsischer Landesvorsitzender des Bundes der Vertriebenen. Also, Sie sehen, in den Verbänden der Vertriebenen durchaus verankert. Und ich bin seit 15 Jahren Landesvorsitzender der Sudeten Deutschen Niedersachsen. Also von daher passt das wie der Nagel auf den Kopf. Ja, und um jetzt mal auf das Thema zu kommen, habe ich mir gedacht, wenn man schon als letzter Referent redet, dann muss man ja auch mal die Zuhörer so ein bisschen fordern. Und das möchte ich jetzt mal tun, indem ich nicht mit Ausführungen beginne, sondern Sie, liebes Auditorium, etwas frage. Wir haben ja zwei Themen zu behandeln. Einmal den Todesmarsch von Brünn und einmal das Massaker von Aussicht. Und damit wir wissen, worüber wir überhaupt hier reden, sollte man natürlich die Begrifflichkeiten erst einmal feststellen. Und ich frage mal, ist jemand von Ihnen so tollkühn, mir zu sagen, was ein Todesmarsch ist? Ja. Ja, das ist doch ganz einfach, dass bei dem Marsch jede Menge Leute umkommt. Wer nicht mehr weiterlaufen kann, wird erschossen oder erschlagen. Und die Hälfte davon ist ja gestorben. So, das war so das Panditurisch-Nasche bei den Tschechen. Das ist absolut richtig. Dann frage ich mal, oder ja, sage ich Ihnen mal die Definition, die wir im Internet finden. Das heißt dort, es sind erzwungene Märsche von Personengruppen, bei denen der Tod der Marschierenden billigend in Kauf genommen wird oder sogar das Ziel ist. Dabei kann eine hohe Todesrate durch Gleichgültigkeit der Aufseher verursacht werden, insbesondere durch Überanstrengung und mangelnde Versorgung. Also, das verstehen wir unter einem Todesmarsch. Jetzt kommen wir zum Thema Massaker. Wer möchte sich da versuchen mit einer Definition? Möglichst nicht derselbe, Herr. Sie alle, ja. Ein Massaker ist ja ein durch Gewalt verursachte Tod von vielen Personen. Ja. Ja. Ein Niederwärts, ein Niederwärts, ein Niederwärts, in dem Sinne. Also, an einem bestimmten Ort, ja, genau. Es ist also umgangssprachlich der Ausdruck für Massenmord unter besonders grausamen Umständen. Ein Gemetzel, ein Blutbad, genau wie Sie das gesagt haben, häufig auch im Zusammenhang mit Motiven wie Hass oder Rache. Also, das sind die Definitionen, die sich dafür einheitlich auch im Internet und in der Literatur zum Völkerrecht finden lassen. Und ich finde es immer gut, wenn man so ein bisschen die Begrifflichkeiten vorwegstellt, weil die doch dann eine ganz große Rolle spielen. Lassen Sie mich vorweg vielleicht auch folgende Bemerkung machen. Wir haben in diesem Jahr in den deutsch-tschechischen Beziehungen nach vielen Jahren des Stillstandes, so will ich es einmal sagen, oder nach Jahren der nur zögerlichen Annäherung, wo zwar viele Wissenschaftler auf beiden Seiten versucht haben, sich ein wenig auch von dieser Seite an das Thema heranzutrauen. Aber im politischen Bereich haben wir nach vielen Jahren des Stillstandes so viel Bewegung wie noch nie seit der Wende 1989. Und das liegt natürlich auch daran, dass der tschechische Ministerpräsident viele Aussagen auch zu den Sudeten Deutschen gemacht hat. Und das gerade im Zusammenhang auch mit den Themen, die wir heute behandeln, nämlich Todesmarsch und Massaker, viele in den betroffenen Städten auf die Sudeten Deutschen zugegangen sind, ihnen die Hand gereicht haben, um Entschuldigung gebeten haben für das, was geschehen ist, in der Hoffnung zu einer Aussöhnung und zu einer Verständigung zu kommen. Und es ist ein Standardsatz von mir, der fällt in jedem Vortrag, dass nämlich im Wort Verständigung auch das Wort Verstand steckt. Also man muss sich genau überlegen, was tut man sinnvollerweise, um ein Miteinander so zu gestalten, dass es beiden Seiten auch etwas bringt. Von Einbahnstraßen halte ich überhaupt nichts. Deshalb muss es ein Geben und Nehmen sein. Es muss ein Geben und Nehmen in den Inhalten sein, aber auch ein Geben und Nehmen zwischen den Generationen. Und wir wissen, dass natürlich erfahrungsgemäß bei der Erlebnisgeneration manche Dinge anders gesehen werden, mit anderen Ansätzen, aber auch mit anderen Be- und Empfindlichkeiten als bei der jungen Generation. Und das muss man auch in einem Prozess der Verständigung und der Annäherung mit berücksichtigen. Ja, ich darf dann darauf hinweisen, dass die ARD, immerhin öffentlich-rechtlich, aus unser aller Mittel bezahlt, am 30. Mai diesen Jahres folgende Meldung gebracht hat. Und das fand ich also doch sehr bemerkenswert. Hier heißt es also bei tagesschau.de, ich zitiere, Der Brünner Todesmarsch war eines der brutalsten Kapitel der Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute erinnert die Stadt erstmals daran. Für Tschechien ein wichtiger Schritt. Doch es gibt auch Kritik. Und ich fahre fort bei tagesschau.de. Jiritscha Borekka war im Jahr 1945 noch ein Kind. Doch der frohen Leichnamstag vor 70 Jahren ist noch heute tief in ihrem Gedächtnis. Ihre Familie und die anderen 20.000 deutschsprachigen Bürger von Brünn wurden in der Nacht aus ihren Häusern getrieben. Der Racheakt der Revolutionsgardisten traf vor allem Frauen, Kinder und alte Menschen. Zu Fuß ging es am Morgen über 50 Kilometer in Richtung Österreich. Und jetzt eine Aussage als Zeitzeugin. Wir sind den ganzen Tag marschiert. Es war schrecklich. Wir waren alle total erschöpft. Irgendwann haben wir in einer Holzbaracke auf nacktem Boden gelagert. Ich erinnere mich, viele Kinder sind dort verstorben. Mindestens 2000 Menschen waren den Strapazen nicht gewachsen. Sie starben in den folgenden Tagen an Entkräftung und an Krankheit. Und tagesschau.de sagt weiter. Jahrzehntelang war der Brünner Todesmarsch ein Tabuthema in Tschechien. Sprechen lieber korrekt von der Tschechischen Republik. Auch nach 1989 blieb der Mantel des Schweigens. Erst jetzt verabschiedete der Stadtrat eine Versöhnungsdeklaration. Sie sei eine Entschuldigung an die Opfer und eine Botschaft an die heutige Generation, sagte der Oberbürgermeister der Stadt Brünn, Peter Vorarl. Zitat des Oberbürgermeisters. Ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit dafür, auch weil die Generation, die das erlaubt, einfach langsam ausstirbt. Ich glaube, es ist die richtige Zeit, laut zu sagen, dass das nicht in Ordnung war. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, in diesem Zitat steckt viel Beachtliches. Aber zu sagen, es sei jetzt der richtige Zeitpunkt, weil die Generation, die es betrifft, langsam ausstirbt, halte ich für ausgesprochen problematisch. Ja, ich halte es für gefährlich. Weil die Generation, die es erlebt hat und die jahrzehntelang ein Trauma von diesen Ereignissen immer noch mit sich führt, die hat es doch wohl am allerersten verdient, dass sich eine Entschuldigung von tschechischer Seite an diese Menschen richtet. Und deshalb meine ich, ist hier genau das leider passiert, was abträglich ist für eine Verständigung, nämlich man hat den Verstand nicht benutzt. Man muss natürlich hier einfach sagen, dass diejenigen, die dieses Trauma noch in sich tragen, wenigstens eine Geste erwarten, dass man auf sie zugeht. Und mit einem solchen Zitat grenzt man sie natürlich wieder aus. Und das ist das, was sie über jahrzehntelang teilweise verbittert hat. Und wenn Sie heute mit Zeitzeugen zum Brüner Todesmach sprechen, dann werden Sie merken, dass eine solche Verbitterung noch tief ist, gerade dann, wenn in der Familie Menschen auf diesem Marsch ums Leben gekommen sind, gerade dann, wenn man wieder sagen muss, dass die Vertreibung der Sudetendeutschen immer noch nicht aufgearbeitet ist und dass die Situation in der Tschechischen Republik sich zwar verbessert, aber dass ein Wort der Entschuldigung für die Vertreibung insgesamt noch fehlt, von völkerrechtlichen Überlegungen jetzt einmal ganz zu schweigen. Also, wir müssen da genau hingucken, was sich im Einzelnen tut. Ich möchte aber doch noch etwas konkreter auf den Marsch eingehen, damit wir uns da noch einmal intensiver eine Vorstellung verschaffen können, was da eigentlich passiert ist. Also, die Vertreibung der Deutschen aus Brünn gilt als eine sogenannte wilde Vertreibung. Auch das ist ein wichtiger Begriff aus dem Völkerrecht. Am 31. Mai 1945 wurden diese Einwohner beim Augustinerkloster zusammengetrieben. Am darauf folgenden Tag wurden die Menschen zusammen mit den deutsch- und zweisprachigen Bewohnern der umliegenden Dörfer rund 55 Kilometer in Richtung österreichische Grenze getrieben. Der Zug bestand aus Frauen, Kindern, Kleinkindern und Säuglingen sowie alten Menschen. Die meisten jungen Männer befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Kriegsgefangenschaft oder waren in Lagern in der Stadt oder in der näheren Umgebung, zum Beispiel in der Festung Brünn-Spielberg interniert. Viele waren den Strapazen dieses Marsches in großer Hitze und ohne organisierte Wasser- und Nahrungsmittelversorgung nicht gewachsen und brachen zusammen. Der Brünner Todesmarsch hat eine Vielzahl von Opfern erfordert. Die Zahl der Teilnehmer des Marsches kann heute durch tschechische Akten relativ zuverlässig mit rund 27.000 Menschen angegeben werden. Das entspricht fast genau der Hälfte der damaligen Bevölkerung der Stadt Brünn, die 53.000 Menschen ausmachte. Der Brünner Todesmarsch wurde, und damit komme ich zu denen, die ihn verursacht haben, vorwiegend von den tschechischen Arbeitern der Brünner Waffenwerke geplant und durchgeführt. Als Hauptorganisator dieses Verbrechens gilt der tschechische Stabskapitän Pokorni. Er wechselte wenig später ins tschechische Innenministerium und gilt auch als Organisator des Massakers von Aussich am 31. Juli 1945, auf das wir gleich noch zurückkommen. Und nun der ganz entscheidende Punkt. Aufgrund des Amnestiegesetzes Nr. 115 vom 8. Mai 1946 blieben die begangenen Straftaten ungesühnt. Demnach ist es im eigentlichen Sinne keine Amnestie, sondern ein Straffreistellungsgesetz. Und wir wissen, dass sowohl die Bennisch-Dekrete, die Ihnen allen bekannt sind, als auch das Straffreistellungsgesetz sozusagen, ein Freifahrtschein sind für alle diejenigen, die sich eines Verbrechens der Mitmenschlichkeit, eines Verbrechens der Vertreibung schuldig gemacht haben. Ein Freifahrtschein dafür, dass diese Verbrechen niemals gesühnt werden dürfen. Und deshalb fordert die Sudetendeutsche Landsmannschaft, fordert aber auch der Bund der Vertriebenen zurecht, und dass auch nach 70 Jahren, dass die Bennisch-Dekrete und die Straffreistellungs-Dekrete aufzuheben sind und dass auch heute noch Verbrechen aufzuarbeiten sind. Nun wird mancher sagen, was bringt uns das? 70 Jahre danach. Ich sage, es bringt uns Klarheit, es bringt uns Wahrheit im Sinne der völkerrechtlichen Delikte, die hier stattgefunden haben, und es bringt uns eine Perspektive zu sagen, so können wir tatsächlich eine grausame Vergangenheit einmal abschließen. Und meine Damen und Herren, es ist ganz entscheidend, gerade weil die Erlebnisgeneration ja noch da ist, was manche gar nicht wahrhaben möchten, eine solche Geste wäre tatsächlich ein großer Schritt nach vorn, und ich komme später noch darauf zu sprechen, wie die tschechische Regierung sich neuerdings gegenüber den Vertriebenen doch ausgesprochen positiv verhält. So sieht es also aus, und ich möchte nochmal zurückgehen darauf, dass diese Säuberungsaktion, wie man sie auch nennen kann, auf eine direkte Aufforderung des damaligen Staatspräsidenten der Tschechoslowakei zurückgeht, nämlich Edward Benesch, den Präger dieser Benesch-Dekrete. Kurz nach Kriegsende, anlässlich eines Besuches in Brünn, am 12. Mai 1945, hatte nämlich Edward Benesch wörtlich Folgendes verkündet, und ich zitiere Benesch, »Wir werden unter uns Ordnung machen, insbesondere hier in der Stadt Brünn mit den Deutschen. Mein Programm ist, und ich verhehle es nicht, die deutsche Frage zu liquidieren.« Und daraufhin entwickelten sich dann diese ganz grausamen Geschehnisse. Kommen wir zum Massaker von Aussicht. Auch das ist 70 Jahre her, und ich bin immer dankbar, dass unsere Stiftung sich mit Gedenktagen auch in besonderer Weise auseinandersetzt. Tage, die in einer breiten Öffentlichkeit teilweise verloren gehen, obwohl ich hier doch sagen muss, was die ARD in ihrer Sendung Tagesschau gebracht hat, fand ich schon bemerkenswert. Also das ist auch etwas, lieber Wilhelm, da haben wir als auch Kollegen im BDV-Präsidium haben wir viele Jahrzehnte doch darauf gewartet, dass solche Dinge auch in einem öffentlich-rechtlichen Sender einmal möglich sind. Und da hat man tatsächlich einmal gute Arbeit geleistet. Exemplarisch für die Nachkriegsereignisse steht also Aussicht auch für einen besonders traurigen, Vorgang. Ich zitiere eine Zeitzeugin, nämlich Lore Schretzenmayer aus Regensburg, die ich persönlich auch kenne, die Folgendes gesagt hat. Aussicht war eine rein deutsche Stadt. Wollen wir mal sagen, so weiter, mit einer kleinen Minderheit von Tschechen. Aber eine deutsche Stadt, die in Schulen und Ämtern Deutsch gesprochen hat. Zitat Ende. Also dies einmal noch zur Klarstellung. Und sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend in dieser Stadt, die also bis 1945 Aussicht hieß, danach Usti nad Laben, Aussicht an der Elbe. Und damals etwa 50.000 zumeist deutsche Einwohner hatte. Der größte Anteil von diesen Einwohnern, also 60 Prozent, hatte bei den Parlamentswahlen von 1935 die Sudetendeutsche Partei gewählt. Und nach dem Münchner Abkommen begrüßte man den Anschluss an das Deutsche Reich und die Verstehung des Sudetengaus, zu dem Aussicht nun gehörte. Sechseinhalb Jahre später, im Frühjahr 1945, erwartete man mit Angst, aber auch mit Hoffnung das Kriegsende. Das Kriegsende in Aussicht war am 8. Mai 1945 friedlich. Es kam damals zu keinen Kampfhandlungen. Als dann aber am 8. Mai Oberbürgermeister Tschermack dem Nationalausschuss nach kurzen Verhandlungen die Leitung der Stadt übergab, informierte um 14 Uhr bereits eine zweisprachige Meldung im örtlichen Rundfunk die Bevölkerung, dass der Nationalausschuss die Macht übernommen hat und dass die Deutschen aufgefordert werden, weiße Bettlaken als Zeichen der Kapitulation in die Fenster zu hängen. Der Krieg war in Aussicht somit zu Ende, aber in den folgenden Stunden und Tagen herrschte erhebliches Chaos. Am 31. Juli 1945, also etwa zwei Monate später, kam es dann gegen die deutsche Zivilbevölkerung zum Massaker von Aussicht. Anlass dieses Progroms, auch so kann man es nennen, war die Explosion eines Munitionsdepots im Stadtteil Schönpriesen, an diesem Tage als Anschlag der Wehrwölfe deklariert. Nach Erkenntnissen der Forschung aus geheimen tschechischen Unterlagen kann davon ausgegangen werden, dass der Anschlag auf das Depot und auch die angebliche Reaktion der Bevölkerung eine gezielte Aktion der Abteilung Z des tschechoslowakischen Innenministeriums gewesen ist. Das Ziel der Aktion war, einen für das Ausland klar erkennbaren Grund zu schaffen, die restlose Vertreibung der deutschen Minderheit aus dem Sudetenland zu vollziehen. Um diesbezügliche Informationen und Zusammenhänge in die gewünschte Richtung zu lenken, wurde der Initiator dieses Progroms, Stabshauptmann Pokorny, den ich schon erwähnt habe, mit der offiziellen Untersuchung der Vorgänge beauftragt. Sofort nach der Explosion wurden deutsche Zivilisten von tschechischen Revolutionsgarden ohne nähere Untersuchung als die vermeintlich Schuldigen ausgemacht. Erkennbar waren die Deutschen an weißen Armbinden, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und mindestens Ende 1946 alle Deutschen in der Tschechoslowakei verbindlich zu tragen hatten. Die Menschen wurden an der Brücke von Aussicht erschlagen, in einem Löschwasserspeicher ertränkt oder von der Ellbrücke gestoßen und im Wasser zusätzlich beschossen. Die Leichen trieben bis in das benachbarte Sachsen. 80 Leichen wurden allein bei Meißen aus der Elbe gezogen, weitere wurden bei Pirna und bei Bad Schandau angeschwemmt. Kommen wir zu den Opferzahlen. Die Zahl der Toten bei diesem Massaker wurde jahrelang mit etwa 2000 angegeben. Genaue Opferzahlen sind schwer festzustellen, zumal die tschechischen Archive noch immer nicht freigegeben worden sind. Die Angaben von deutschen Überlebenden schwanken allerdings zwischen 1000 und 2700. Auch hier kommen wir zu den Tätern und deren Behandlung. Es gibt seit langen Behauptungen, dieses Massaker sei von der damaligen tschechoslowakischen Regierung unter Ministerpräsident Vierlinger organisiert worden. Es gilt heute als gesichert, dass der im tschechoslowakischen Innenministerium tätige Stabskapitän Pukorni, der schon genannt wurde, als Hauptorganisator dieses Verbrechens einzustufen ist. Er hatte nämlich neun Wochen zuvor den Brünner Todesmarsch bereits auch organisiert. Eine offizielle juristische Aufarbeitung des Geschehens hat bisher nicht stattgefunden. Und auch hier wieder das Bennisch-Dekret 115 von 1946 erkehrt derlei Handlungen bis 28. Oktober 1945 im Kampfe zur Wiedergewinnung der Freiheit, ohne die eine gerechte Vergeltung für Taten der Okkupanten und ihrer Helfershelfer zum Ziel hatte, für nicht widerrechtlich. Das ist also die Ausgangslage, mit der wir es hier zu tun haben. Aber auch hier ist erstaunlich, wie in Brünn, dass der Oberbürgermeister der Stadt Aussich sich zu einer besonderen Geste entschlossen hat. Er hat nämlich am 21. Juli 2015 eine Gedenktafel enthüllt, die an der Brücke von Aussich angebracht worden ist. Und der Text der Inschrift dieser Tafel lautet zum Gedenken an die Opfer der Gewalt vom 31. Juli 1945. Zum Gedenken an die Opfer der Gewalt ist ein Eingeständnis, dass hier etwas Grausames passiert ist. Es ist auch, und das ergänzt sich mit dem, was er anlässlich der Einweihung dieser Gedenktafel gesagt hat, auch ein Versuch einer Entschuldigung gegenüber den Deutschen, die davon betroffen waren, aber auch gegenüber allen Sudeten-Deutschen Vertriebenen insgesamt. Wir sehen hier also schon die von mir anfangs auch erwähnten Fortschritte, die einen Stillstand seit 1989 in besonderer Weise beenden zu suchen. Ob das immer gelingt, ist auch eine Frage, wie die Betroffenen mit solchen Entschuldigungen oder mit solchen Versuchen der Entschuldigung umgehen. Ja, meine Damen und Herren, das sind die Dinge, die für uns heute eine besondere Rolle spielen. Ich möchte vielleicht darauf hinweisen, dass die Sudeten-Deutsche Landsmannschaft natürlich bemüht ist, die Kontakte mit der Tschechischen Republik zu intensivieren. Und wir haben in diesem Jahr eine ganz beachtliche Situation gehabt, nämlich, dass zum Sudeten-Deutschen Tag, der ja immer zu Pfingsten stattfindet, der tschechische Vizeministerpräsident Belobradek von den Christdemokraten an die Hauptkundgebung des Sudeten-Deutschen Tages eine Videobotschaft gerichtet hat. Und meine Damen und Herren, das ist etwas, noch nie da gewesen ist, dass ein führender Repräsentant der Regierung eines Vertreiberstaates, und ich persönlich werde es mir nie nehmen lassen, diese Staaten nach wie vor Vertreiberstaaten zu nennen, denn sie sind es, solange die Dinge nicht gesühnt sind, dass er sich also mit einer Videobotschaft der Entschuldigung an die Teilnehmer des Sudeten-Deutschen Tages gewandt hat und wenige Monate später sogar das Sudeten-Deutsche Haus in München besucht hat. Das war natürlich eine ganz besondere Situation, dass ein tschechischer Vizeministerpräsident das Sudeten-Deutsche Haus besucht. Da hat sogar die CSU gestaunt, was alles möglich ist, und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Man muss natürlich hierbei sehen, welche Motive leiten jemanden, so etwas zu tun. Leiten ihnen die Motive, ehrlich auf die Menschen zugehen zu wollen, um tatsächlich eine Entschuldigung loszuwerden, oder ist es auch ein politisches Manöver, um möglicherweise vom Freistaat Bayern aufgrund einer solchen Geste besondere Hilfen zu bekommen. Man kann ja hier an alles denken, und das ist in der Politik ja so, dass das auch erlaubt sein muss. Aber ich denke schon, dass Belo Bradek, der stellvertretende Ministerpräsident, doch einen Teil der Geschichte der tschechischen Gesellschaft, wofür er auch im eigenen Land sehr gescholten worden ist, tatsächlich aufarbeiten wollte. Und dazu einen, aus meiner Sicht, sehr guten Beitrag gegeben hat. Ich habe verschiedene Stellungnahmen auch von anderen gehört, beispielsweise von der tschechischen Ministerin für Arbeit, Marksova Tominova. Und an die Dame, die Sozialdemokratin ist, kann ich mich sehr gut und lebhaft erinnern. Ich hatte eine Reise nach Prag vor drei Jahren mit dem BDV Landesverband Niedersachsen und wir haben damals diese Dame als Abgeordnete der SPD vorgefunden und haben mit ihr ein lebhaftes Gespräch, das sehr positiv auch für uns war, geführt. Und heute ist sie tschechische Ministerin für Arbeit. Also wir haben tatsächlich in der tschechischen Regierung momentan Menschen, die uns sehr wohlgesonnen sind und das finde ich schon schön. Aber lassen Sie mich mal aus aktuellem Anlass einen Blick nach Polen werfen. Wenn wir uns da den Auswahl der Wahlen angucken, da kann einem ja Angst und Bange werden. Ich habe fast den Eindruck, dass Kaczynski, die eigentliche Kandidatin, die Ministerpräsidentin werden soll, im letzten Augenblick vielleicht noch verdrängt und selbst Ministerpräsident wird. Man weiß es nicht. Aber der Rechtsruck in Polen ist beachtlich. Und man muss sich vorstellen, eine Partei wie die PiS, angeblich für Frieden und Gerechtigkeit, bekommt eine absolute Mehrheit, kann allein regieren. Und Kaczynski, der ja nun den Vertriebenen mit seinem verstorbenen Bruder zusammen noch nie wohlgesonnen war, könnte jetzt einen Ministerpräsidenten stellen, zumindest eine Regierung maßgeblich beeinflussen. Das macht uns als Vertriebenen Verbände natürlich schon Sorge. Wobei wir natürlich auch sagen, wir sind zum weiteren Dialog auf jeden Fall bereit. Das ist ganz klar. Wenn man sich einem Dialog verweigert, verweigert man sich auch jeglicher Aufarbeitung. Also, zum Schluss möchte ich sagen, dass die Entwicklungen im deutsch-tschächischen Verhältnis sich gegenwärtig erstaunlich gut darstellen. Und ich bin auch froh, dass der Sprecher der sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Posselt, der ja viele Jahre selbst Europaabgeordneter gewesen ist, jede Möglichkeit nutzt, um auch in die Tschechische Republik zu reisen und mit den Menschen zu sprechen. Und das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen diesen Dialog. Ohne Dialog kommen wir nicht voran, kommen wir in der Verständigung nicht voran, aber auch nicht in der Aufarbeitung. Es ist allerdings, und das muss ich schon gestehen, für mich als so mittlere Generation immer wieder sehr schwierig, einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass auch 70 Jahre nach Flucht und Vertreibung die Geschehnisse noch nicht annähernd aufgearbeitet sind. Das muss man leider so feststellen. Und ich hoffe, dass wir durch diese Seminare auch immer wieder einen neuen Beitrag dazu leisten können, daran zu arbeiten. Ich danke. Lieber Oliver Dix, herzlichen Dank für diesen präzisen Überblick über diese beiden Verbrechen an deutschen Staatsangehörigen bald nach Kriegsende 1945. Liebe Zuhörer, wir erinnern noch mal an unseren Stiftungsauftrag. Die Gründungsstifter haben mit der Gründung der Stiftung den Zweck verbunden, das Unrecht der Vertreibung soll im Bewusstsein der nachwachsenden Generationen erhalten bleiben. Speziell mit dieser Veranstaltung hier mit Herrn Dix sind wir da mit diesem Vermächtnis nachgekommen. Das wird auch immer wieder so sein. Ich möchte noch eine sehr persönliche Erinnerung an die Verbrechen der Tschechen bei der Austreibung der sehr desodeten Deutschen erinnern. Ich war zwölf Jahre. Da fiel mir ein Flyer in die Hände, der die Verbrechen der Tschechen bei der Austreibung der sudeten Deutschen thematisierte. Ich konnte lesen, ich war sehr interessiert an der deutschen Geschichte und da wurden also verschiedene Ereignisse bei der Austreibung der sudeten Deutschen ganz kurz, nur in wenigen Sätzen, holzschnittsartig beschrieben. Ich war fassungslos und insbesondere war da die Aufforderung, ich nehme mal an, das war die örtliche Sudeten Deutsche Gruppe, aber das weiß ich nicht, woher der Flyer kam. Die Tschechen, ein kleines Mördervolk in der Mitte Europas. Ich habe mich also sehr beschäftigt. Später ging das auch wieder lange beschäftigt. Ich hatte noch nichts erfahren, auch über die deutschen Verbrechen nichts. Man muss das ja immer auch sehen, dass man nicht einseitig wird. Und später ging es dann etwas aus dem Gedächtnis heraus. Diese erste Berührung mit Verbrechen an Deutschen am Ausgang des Zweiten Weltkrieges. Und ich konnte dann zur Kenntnis nehmen die Verbrechen der Russen und der Polen an Deutschen. Und natürlich dann auch die Gräuel während der Besatzungszeit der Deutschen im östlichen Mitteleuropa, in Polen und auch in der Sowjetunion. Man hat das also alles dann auch miteinander sortiert. Und man hat zur Kenntnis nehmen müssen, das geht ja Ihnen auch so, dass in all den Jahrzehnten eigentlich immer nur die deutschen Verbrechen thematisiert wurden. Bis heute hin. Es hat ja mit den Verbrechen der Deutschen ein Schuldkult getrieben, der gerade auch Anlass für die Siegermächte ist, die eigene Schuld auf den Teppich zu kehren. Wenn die Deutschen immer noch das eigene Versagen thematisieren, dann brauchen die anderen ja nicht zu bekennen, dass das doch eigentlich auf beiden Seiten Ungeheuerliches gab. Und die maßgeblichen Politiker der Deutschen kommen ja heute immer wieder noch. Ja, aber die doch aufgrund unserer deutschen Vergangenheit. Und der Bundespräsident, ich nenne jetzt immer nur noch ironisch, der Bundesprediger, bei all seinen Staatsbesuchen erinnert er doch, unermessliche Verbrechen der Deutschen, er beschuldigt sich permanent, die ganzen Sachen, die liegen 70 Jahre zurück. Das ist doch unerträglich. Wenn wir heute mit unserer Stiftung an die Verbrechen von damals erinnern, an die Verbrechen an Deutschen, dann geschieht das ohne Hass. Es geschieht einfach nur aufgrund der historischen Wahrheit und im Bewusstsein, dass die heut lebenden Generationen üben wie drüben nicht schuld daran waren. Aber wir wollen doch Partner in Europa werden. Und da müssen wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Sonst können wir nicht Partner sein. So. Und leider wird von unseren Freunden in der Europäischen Union, fand ich immer noch, die schrecklichen zwölf Jahre Nationalsozialismus instrumentalisiert, um die Deutschen in ihrer Schuldbefangenheit gefangen zu halten. Dagegen müssen wir uns wehren. 70 Jahre nach diesen Dingen ist ja alles im vorigen Jahrhundert gewesen. Ist dafür kein Raum mehr. Ich meine, und das ist auch die Meinung der Stiftungsgremien, 70 Jahre nach Ende des Nationalsozialismus Nationalsozialismus darf kein Platz mehr sein für deutsche Selbstbezichtigung und Schuldbeteuerung. Ja, also das war mir wichtig, doch Ihnen noch zu sagen, wir erfüllen auch mit so einer Veranstaltung wie dieser das Vermächtnis der Gründungsstifter. Und noch eine zweite Sache. Ist ein Einzelschicksal, aber es scheint mir doch symptomatisch zu sein. Ich lebe im östlichen Niedersachsen, im Kreis Stiftel-Dannenberg, der an die Elbe grenzt und auf der anderen Seite ist Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Ich bin da vor 38 Jahren hingekommen. Ich bin dort seit 25 Jahren Bürgermeister. Und da lernte ich auch viele Leute kennen, Einheimische. Unter Einnahmen auch einen Bauern, Hermann Dirks. Er ist inzwischen verstorben. Jahrgang 1924. Er wurde 1941 Soldat im Osten. Dieser Hermann Dirks, mit dem ich dann ins Gespräch kam, auch befreundet wurde. Ich habe immer eigentlich aus zeitgeschichtlichem Interesse Leute auch befragt, wenn sie im Krieg waren. Und er erzählte mir von seiner Gefangennahme in der tschechischen Slowakei am 10. Mai 1945 mit seiner Einheit. Und sie wurden entwaffelt und in ein Gefangenenlager geführt. 100 Mal in der Nähe von Prag. Natürlich schlecht behandelt, aber es hat er keineswegs thematisiert. und dann einige Zeit später mussten sie zu einem Bußgang in Prag über den Wenzelsplatz auf Knien rutschen. Immer in Viererreihen viel Abstand dazwischen und zwischendurch standen immer Trupps von Tschechien brutale Schläger die immer diese auf Knien rutschenden deutschen Gefangenen reingeprügelt haben. Und Hermann Dirks bekam mit dem Gewehrkolben einen Schlag ins Gesicht wobei er vier Schneidezähne vorne verloren. Er war ein junger Mann zwar durch den Krieg etwas ausgemergelt aber ansonsten noch gesund. Strohblond. An diesem Tag und in der darauffolgenden Nacht wurden seine Haare weiß und wurden bis zum Tod blieben sie weiß. Und dann erzählte er noch von Einzelnen die besonders gequält wurden das ist so grausam dass ich das hier nicht mehr wiedergeben möchte. Ich weiß und dass Entachtungen überall vorkamen. Und dieser jahrelange Krieg verroht ja auch die Gemüter der Menschen verroht die Gemüter der Soldaten. Entachtungen Entfesselungen Enthemmungen sind überall vorgekommen. Beiden Seiten. Das ist dem Krieg geschont der die Gemüter die Herzen verrohen lässt. Aber was mir da Hermann ist mir doch nicht aus dem Kopf gegangen und das gebe ich hier mal so als Einzelmahnung wieder tun wir das nicht ab als Einzelschicksal es ist schon symptomatisch für das was am Ende des Krieges passiert war. Und es kann auch keine Entschuldigung sein man sagt das ist die Vergeltung für deutsche Verbrechen. Das darf man nicht gelten lassen denn das wäre das Gesetz der Blutrache Auge um Auge Zahn um Zahn Das ist das Problem des Islam das ist islamistisch entspricht nicht der abendländischen Kultur Auge um Auge Zahn um Zahn Vergeltung deswegen darf man das auch nicht gelten lassen ich bin Oliver Dix sehr dankbar dass er im Grunde immer wieder sagt wir müssen im Dialog bleiben wir müssen Verständigung suchen und diese Meldung von der ARD von der er berichtete ja das ist schon erstaunlich allerdings nach 70 Jahren das erste Mal wir wollen das auch mal einordnen sowas hätte ja auch schon mal vor 20 oder 30 Jahren kommen können nach 70 Jahren das erste Mal und auch das was er da zitiert hat ist ja auch in gewisser Weise er hat es auch die Kennzeiten auch noch problematisch aber immerhin so und das also zu meiner persönlichen so aus meiner persönlichen Erinnerung ich denke solche Ereignisse wie die die wir heute beleuchtet haben gibt es noch viele denen wird sich die Stiftung auch stellen wenn ich daran denke was die die Tito Partisanen auf dem Balkan mit gefangenen deutschen Soldaten gemacht haben dann muss ich sagen es ist so schrecklich dass man eigentlich das gar nicht thematisieren will man kann es nur thematisieren weil wir heute den genügigen Abstand haben und sachlich und ohne Emotionen darüber sprechen kann aber auch das gehört letztlich zum Auftrag der Stiftung das Bundrecht der Vertreibung soll erhalten bleiben und nur wer die Geschichte kennt und weiß wo er herkommt der kann auch geradeaus seinen Weg im Leben gehen oder gerade vorgeführt wir beklagen die politischen Umstände in unserem Lande ein wesentlicher Grund dafür ist wir sind geschichtslos geworden wir wissen nicht was da war und es ist völlig idiotisch wenn man sagt Auschwitz gehört zur deutschen Identität Sie wissen damit hat Joschka Fischer angefangen und viele haben das übernommen die schrecklichen zwölf Jahre Nationalsozialismus und wir haben aufgearbeitet soweit man das aufarbeiten kann das ist ja unbestritten die Deutschen haben hart gebüßt dafür bis heute hin die schrecklichen Jahre zwölf Jahre Nationalsozialismus sind gerade mal ein Prozent der überschaubaren deutschen Geschichte von 1200 Jahren das soll nun Teil der deutschen Identität sein das ist absurd das wollte ich Ihnen doch sagen damit Sie auch so ein wenig das Bemühen der Person die in den Stiftungsgremien tätig sind erkennen wollen wohin unsere Bildungsarbeit die wir ja machen wollen auch die Völkerverständigung darf nicht vergessen denn wo da so unser Ziel ist und das diese kurzen nachträglichen Worte wollte ich auch ganz bewusst am Ende dieses Seminars an Sie richten Ja zum Glück ist es kein weißer Fleck mehr da gibt es schon vieles in der Literatur also einfach mal googeln da werden Sie merken wie viel sich in dem Bereich schon getan hat ich möchte Ihnen generell auch sagen Ursache und Wirkung ja Ursache und Folge im Völkerrecht gibt es das nicht dass man aus eigenem Gusto heraus Rache und Vergeltung übt das kennt das Völkerrecht einfach nicht und das müssen wir heute zur Kenntnis nehmen das betrifft die Vertreibungen die Sie ansprechen das betrifft die Vertreibungen nach 1945 das Völkerrecht ist vielfach gebrochen worden das Völkerrecht wird heute wo Sie auf der Welt auch gucken überall auch aktuell gebrochen Vertreibungen die stattfinden sind völkerrechtswidrig und Menschen die auf der Flucht sind und die einen Vertreibungsdruck haben unterliegen ebenso völkerrechtlichen Delikten das muss man einfach so sehen und das aufzuarbeiten und anzuprangern das halte ich für besonders wichtig ich finde immer nur eines geht nicht man kann die Vertreibung der Deutschen mit der heutigen Situation aber das ist ja gestern schon ausführlich behandelt worden kann man nicht vergleichen das geht einfach nicht da würden Dinge gleichgesetzt die miteinander nichts zu tun haben aber es sind ähnliche Erfahrungen das muss man ganz deutlich sagen und wir müssen immer an die Menschen denken die es betrifft wie sie sich fühlen also ich habe neulich in Braunschweig eine solche Einrichtung besucht und war also entsetzt wie die Dinge sind ich will Ihnen nur eine Zahl nennen Sie alle kennen das Grenzdurchgangslager Friedland das ist für 700 Personen ausgelegt gegenwärtig leben dort 3800 Menschen das müssen Sie sich vorstellen also in den Gängen in den Büros im Speisesaal überall Menschen ja es ist in gewisser Weise ist das schockierend dass das Völkerrechtsbrüche hingenommen werden von der internationalen Gemeinschaft und dann zu solchen Folgen führen also die Bemerkung wollte ich machen und die zweite Bemerkung noch zu dem was Wilhelm von Gottberg gesagt hat es gab mal einen Bundespräsidenten der mal etwas aus der Reihe der Anpasser ausgeschert ist das war nämlich Roman Herzog und der hat mal auch in einem Gespräch mit dem BDV Präsidium gesagt es muss jetzt endlich mal Schluss sein dass die heute junge Generation immer für etwas verantwortlich gemacht hat wofür sie gar nichts kann daran kann ich mich noch gut erinnern ich muss mal gucken ob es da noch irgendein Zitat gibt eine Fundstelle die man auch mal belastbar verwenden kann also das hat mir damals imponiert weil ich natürlich wenn ich Mitglied des BDV Präsidiums bin immer wieder auch die Frage gestellt bekomme ja haben sie das nicht alles selbst verschuldet und dies und das es gibt ja Seminare bei denen muss man sich die unmöglichsten Fragen anhören hier ja zum Glück nicht und ich glaube schon dass man solche Zitate dann auch einmal bringen sollte um deutlich zu machen die heutige junge Generation hat damit nun wirklich nichts zu tun sie ist eigentlich in eine Rolle gedrängt worden etwas zu akzeptieren was aus politischem Opportunismus so gewollt ist und das finde ich sehr bitter für die junge Generation dass sie auch im Unterricht so angepasst wird dass sie ihre Meinung zu vielen Dingen wenn sie es denn von den Eltern oder Großeltern wissen auch gar nicht so einbringen können aber ich bin froh das möchte ich abschließend noch sagen dass einige Bundesländer sich doch durchgerungen haben Flucht und Vertreibung zu Unterrichtsfächern zu machen also für Niedersachsen ist es mir selber gelungen das in die Wege zu leiten und das ist nachhaltig so dass Flucht und Vertreibung hier verbindliche Themen in den Kerncurricula für den Schulunterricht sind und das das ist unverzichtbar und jeder junge Mensch der sich mit diesen Dingen beschäftigt kann wahrscheinlich oder viele können aus der eigenen Familie auch eigene Erfahrungen einbringen jeder vierte Einwohner allein des Bundeslandes Niedersachsen ist Vertriebener Flüchtling Spätaussiedler Aussiedler oder direkter Nachkomme eines Vertriebenen also das muss man sich auch zahlenmäßig mal entsprechend vorstellen was mir natürlich Sorge macht ist wenn Lehrer das unterrichten sollen da haben wir natürlich Lehrer die haben ja zu den Themen überhaupt nichts gelernt die müssen sich irgendwo Wissen aneignen und wenn dann greifen sie da auf Literatur zurück die die sehr kritiklos will ich mal sagen die Flucht und Vertreibung behandeln und das macht mir natürlich Sorge also da gebe ich Ihnen absolut recht und ich bin auch mit vielen unserer Landsleute sehr betrübt darüber dass es noch so viele Benne-Statuen in der ganzen tschechischen Republik gibt die Slowakei ist da ein bisschen schlauer gewesen die haben also da nach der Teilung tschechische Republik und Republik Slowakei haben die also die Benne-Statuen weitgehend verschwinden lassen aber die Tschechen halten sehr eisern zurück anders als daran fest also anders als die Slowaken da gebe ich Ihnen vollkommen recht aber ich glaube auch die Zeit wird kommen dass man dann vor diesen Namen Abstand nimmt ich glaube dass die tschechische Republik viele Bürger aber auch insbesondere Intellektuelle begriffen haben dass die Benne-Statuen verhängnisvoll sind für die Tschechen dass sie sie immer wieder in eine Rolle auch der Täter hineindrücken und das sind sie mit dem was sie getan haben und das gefällt vielen nicht und deshalb ändert sich da auch ein wenig die Stimmung so wie wir es jetzt auch gehört haben dass der Vizeministerpräsident sich öffentlich äußert Ja Dankeschön Bitte Ich hatte mal eine Frage Sie haben vorhin erwähnt dass die tschechischen Archive geschlossen sein Hat das einen bestimmten Grund oder wird die Öffnung in absehbarer Zeit geplant? Ja also nach dem tschechischen Archivgesetz wir haben übrigens in Deutschland auch ein Archivgesetz das sehr schwierig ist dass das bestimmte Dinge gar nicht zulässt und Amerika ist in den Fragen noch viel schlimmer denken Sie mal an das Kennedy Attentat wir wissen also immer noch nicht was in manchen Archiven da drin steht die genauen Fristen kenne ich nicht aber ich gehe davon aus dass das vieles auf 100 Jahre festgelegt ist um nicht reingucken zu können wenn hier ein Fachmann unter uns ist der es besser weiß bitte melden und sagen ich denke jedenfalls dass das die Frist sein wird und danach kommt sicherlich manches ans Licht aber es kommt natürlich vieles auch durch Zeitzeugen ans Licht und das finde ich ganz wichtig dass auch Zeitzeugen befragt werden und die Bundesregierung hat mit der Kulturstaatsministerin Frau Grütters ja verschiedene Zeitzeugen Projekte für Flucht und zu Flucht und Vertreibung in letzter Zeit unterstützt und das finde ich sehr wichtig dass Einrichtungen wie das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der deutschen und östlichen Europa in Oldenburg einfach Leute interviewt Film Aufzeichnungen macht dass auch der Bund der Vertriebenen ein eigenes Zeitzeugen Archiv in seiner Bundesgeschäftsstelle hat das ist unverzichtbar und das werden dann mal die Momente sein wo man hinterher sagen kann bitte guckt euch das mal an das sind die Betroffenen und das macht ihr in der angesprochen dass eine Frage ist wie die Betroffenen selbst mit Entschuldigungen von tschechischer Seite umgehen wie gehen sie damit um die Betroffenen und andererseits auch wie gehen sie als vertriebenen Vertreter der in der Politik auch mit diesen entsprechenden Staaten steht mit den Friedlichkeiten um Also ich denke mal dass einige die ich aus sudetendeutschen Gruppen kenne vieles was jetzt aktuell passiert als Balsam für die Seele empfinden das wird auch immer wieder so gesagt das heißt endlich werden wir mal thematisiert endlich erkennt mal jemand von tschechischer Seite auch das geschehene Unrecht an aber sie dürfen halt eins nicht vergessen vergessen es gibt ja in der Psychiatrie sogenannte posttraumatische Belastungsstörungen wenn sie die einmal in sich drin haben und nie therapiert haben über Jahrzehnte hinweg werden sie die auch mit einer noch so gut gemeinten Entschuldigung nicht mehr rauskriegen ich kenne Zeitzeugen mit denen ich gesprochen habe die die wachen nachts mit Schweißausbrüchen und Albträumen auf weil sie das ganze noch mal realisieren was da passiert ist und das ist etwas was sich ein ganzes Leben lang fortsetzen kann aber ich glaube je mehr Gesten kommen je mehr Taten kommen auch wir sehen ja die vielen Besuchergruppen zum Beispiel der Sudeten Deutschen Heimatkreise in ihrer Heimat das alles tut den Menschen natürlich gut und das ist für die B&M Findlichkeiten schon in gewisser Weise sehr hilfreich aber da muss nach wie vor weiter etwas geschehen was meine persönliche Einschätzung betrifft ist und das mache ich eben an den vielen Menschen fest mit denen ich als Zeitzeugen spreche und was ich auch selbst als Nachfahrer eines Sudeten Deutschen empfinde und ich sage es reicht noch nicht ja also da ist vieles noch im Argen und wenn ich mir meine Familiengeschichte angucke und weiß dass über 700 Jahre meine Familie in Nordböhmen brave Bauern waren Tischler andere Handwerker mein Vater Elektroingenieur die haben ja praktisch die komplette Familiengeschichte in diesem Gebiet in den letzten 700 Jahren aufgebaut und damit natürlich auch das Gebiet geprägt und das Gebiet hat sie geprägt wenn sie dann diesen Einschnitt haben und dann sehen dass der eigene Vater das sein Leben lang ist er schon 14 Jahre tot aber sein Leben lang nie verwunden hat dann bin ich immer noch der Meinung auch als direkter Nachkomme es fehlen weitere Gesten also ich fühle mich noch nicht so dass ich dass ich mich damit versöhnt fühle ja ja gut das 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 natürlich auch noch eine zusätzliche Frage also ich glaube dass das Politiker die sich mit Flucht und Vertreibung beschäftigen und dies ernst machen dass die auch angemessen Worte für die Betroffenen finden also das hat dieser tschechische Vizeministerpräsident gezeigt der im Übrigen jünger ist als ich das will ich dazu sagen ich glaube aber dass dass man diesen diesen Ritus ablegen muss den Wilhelm von Gottberg sehr zutreffend beschrieben hat dass die Deutschen sich immer erstmal für alles entschuldigen müssen wenn das nicht wäre wären andere vielleicht auch bereit mehr aus ihrer übersicht zu tun weil sie erwarten ja schon ach die Deutschen werden sich ja wieder entschuldigen dann lasse ich das mal lieber und das ist ein ganz verhängnisvoller Kreis sehr gut die Untertitelung des ZDF, 2020